Ich selbst bin christlich-evangelisch aufgewachsen und ja, in Südafrika kamen dann so generelle erste Fragen, aber dann vor allem mit der Palästina-Geschichte am 7. Oktober wurde das so richtig, richtig in den Kopf gerufen. Ich habe dort erlebt, wie das dann in Deutschland teilweise aufgenommen wurde. Dann hat man sich intensiv damit beschäftigt und dann sieht man diese Videos, wie Kinder, die ihre ganze Familie mit einem Paukenschlag verlieren, Koran rezitieren und man fragt sich so, was ist in deren Köpfen, was ist in deren Herzen, dass man in diesen Momenten so einen starken Glauben hat. Und dann hat man angefangen, sich zu hinterfragen, hat die Religion hinterfragt, die erste Koran-Übersetzung in Südafrika geholt. Das waren dann so die ersten Schritte, muss ich sagen. Ich war vorher immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, man ist so teilweise allein, aber ja mit dem Konfrontieren, mit der Religion, so egal welcher Moment, man weiß immer, okay, man ist nicht allein. Und man hat diese fünf Momente am Tag, wo man sich komplett zurückzieht und weiß, so jetzt kann ich alles loswerden. Dieses Gefühl ist schon sehr, sehr anders. Also man fühlt sich sehr, sehr, viel, viel, viel wärmer. Man hat so eine gewisse Selbstsicherheit am Tag und man weiß, man ist nicht allein. Die Tage vor Ramadan waren ein bisschen so, okay, wie wird das mit dem Fasten? Ich war ein bisschen nervös. Da war ich dann auch bei manchen Vorträgen, um einfach so ein bisschen Wissen reinzuholen. Da wurde mir gesagt, zum Schluss, am Ende des Tages geht das leicht abhanden. Und so will ich das beschreiben. Also am Ende des Tages denkt man sich, okay, so schlimm war das eigentlich gar nicht. Natürlich hat man einen Moment, wo man Durst, wo man Hunger hat, das ist normal, aber man macht das ja für einen so, so großen Zweck. Und man macht das aus großer Überzeugung. Und deswegen letztendlich ist das so ein leichter Part. Man weiß, man teilt mit ganz, ganz vielen Menschen gerade im Raum dasselbe. Mutter war natürlich ein bisschen geschockter. Ich meine, ich war im Ausland. Der Prozess ist auch vor allem im Ausland vollzogen worden. Und als ich sie dann wieder gesehen habe, war das so mit einem, okay, da steht eine andere Person ein bisschen vor mir. Und wenn es der eigene Sohn ist, ist es natürlich ein komisches Gefühl für die Mutter. Sie war vor allem geschockt, weil meine Mutter hier in Deutschland lebt. Und das Bild des Islams in Deutschland ist natürlich auch immer leider ein sehr, sehr falsches. Und deswegen muss man damit Verständnis an die Sache rangehen. Und das Beste, was man machen kann, ist Tag für Tag zeigen, was es heißt, ein guter Muslim zu sein. Und da merke ich jetzt auch, Tag für Tag wird es immer besser. Sie hat mich letztens auch das erste Mal zur Moschee gefahren, zum Freitagsgebet. Ich bin vor Südafrika so ein bisschen sehr, sehr unsicher, auch mit mir selbst nach Südafrika flogen. Und ich bin zurückgekommen mit einer anderen Aura, mit einer anderen Überzeugung. Und das merkt sie auch. Also ich bin glücklicher denn je. Eine wichtige Tugend im Islam ist es natürlich, seine Mutter wertzuschätzen und das auch zu zeigen. Darauf lege ich viel mehr Wert. Und das merkt sie auch. Ein großer Punkt war eben zu sehen, was für einen starken Glauben diese Menschen haben. Man sieht, wie es in Deutschland zugeht, wie die Reaktionen sind in Deutschland. Und da war dann erstmal das große Interesse da. Ich war einfach erstaunt. Mit so einem Glauben trotzdem noch an den Moscheen stehen, mit Bomben links und rechts neben ihnen. Und man hat dieses Unrecht gespürt, was dort geschieht. Vorher war es einfach so eine Ungerechtigkeit. Und jetzt ist es eine Ungerechtigkeit an die eigenen Brüder und Geschwister. Da ist man natürlich mit voller Solidarität dahinter. Wenn man selbst dann noch Deutscher ist, bin ich der Meinung, hat man eine gewisse Grundverantwortung, die man trägt. Vor allem mit der Geschichte Deutschlands. Da heißt es nicht einfach nur blind, irgendwas zu folgen oder irgendwem zu folgen, sondern da heißt es sich erst recht mit Dingen auseinandersetzen. Vor allem, was das betrifft, ist das ein sehr, sehr intensives Thema. Und da sollte jeder den Appell haben, sich damit zu beschäftigen und dann zu sehen, dass das, was dort geschieht, einfach nur falsch ist. Dass Social Media eine Informationsquelle ist mittlerweile, ist ja schon auch traurig, weil deutsche Medien, das war ja auch nochmal ein Thema für sich. Wir sind immer noch eines der Länder, was Waffen liefert. Was katastrophal ist, muss man geschichtlich sagen. Das ist einfach nur paradox, das zu sehen. Als deutsches Land muss man eigentlich dazu stehen, dass man Frieden verbreiten will. Und das kann man nicht, wenn man Waffen liefert und das kann man nicht mit der Unterstützung Israels. Ich kann nur ans Herz legen, sich mit der eigenen Religion zu beschäftigen und dann sich mit anderen Religionen zu beschäftigen. Und dann werden hoffentlich viele, inshallah, werden viele sehen, dass der Islam die Weiteste und dass es etwas Wunderschönes ist. Da kann ich auch noch empfehlen, dieses Mediale, vor allem in Deutschland, einfach mal ignorieren und wirklich selbst beschäftigen und einfach mal zu hinterfragen, nicht stumpf zu akzeptieren. Und dann wird man ja so, so viele neue Bilder im Gesicht haben. Diese ganzen Vorurteile gegenüber dem Islam und Muslim werden sich legen, weil dann haben wir auch ein viel, viel schöneres Miteinander, weil es ist ganz, ganz klar zu sehen, dass der Islam mittlerweile definitiv ein Partner von Deutschland ist. Wenn man dann als deutscher Muslim das so ein bisschen austragen kann, dann ist das natürlich was Schönes. Vielen Dank.